Natürlich auch wieder Fotogalerie, wie man das auf jedem Schiff kennt. Hier kann man schon auch in die Außenbereiche gehen, aber das ist halt kein Deck. Hier sind wir jetzt Vienna. Vorsicht, Schräge. Dann sind wir da alle da. Also eine weitere Bar, das ist Cabaret oder Salon Vienna. Hier ist dann halt auch abends Livemusik, ja, kann getanzt werden. Wir haben eine entsprechende Bar dabei. Und wenn denn die...